Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen. Ich hoffe so sehr, dass es euch allen gut geht und ich danke euch von ganzem Herzen für all eure Wünsche, wirklich ganz, ganz lieb von euch und ja, jetzt hoffe ich mal, euch geht es allen richtig gut und ihr seid super toll in diesen Tag schon hineingeflutscht und ja, wir wechseln heute ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, aufgrund der letzten Tage die Legungen, dass wir jetzt einfach mal schauen, was dein Gegenüber dir auch sagen möchte, weil irgendwie ist hier immer noch der Stillstand da und ja, bei dem einen oder anderen. Und was ist da so, was dein Gegenüber, was hält ihn noch, was möchte er dir sagen? Ihr wisst, wir sind hier im Kollektiv, das ist dein Gegenüber männlich wie auch weiblich und Kollektivlegungen können nicht für jeden zutreffen, ganz, ganz, ganz wichtig, ne? Und ja, dann schauen wir einfach mal, was denn dein Gegenüber dir sagen möchte, ne? Wir schauen jetzt hier mal rein, was denn hier ein bisschen zum Vorschein kommt. Und was ist da so, 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 So, dann schauen wir mal, was dein Gegenüber dir sagen möchte. Na, also, es ist ja, das ist, ganz ehrlich, bei dieser ersten Reihe frage ich mich, was stottet da mir gegenüber noch, was ist da bitte los? Für mich, ganz ehrlich, aufgrund der ersten Linie, unbegreiflich, unbegreiflich, Irgendwas muss hier noch sein, weil es ist, ähm, wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, dass da noch gar nichts ist, weil ich hier, möchte ja alles Mögliche in Bewegung bringen. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Es ist ja, Wahnsinn, 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 was hier zum Vorschein kommt. Ja, gut, okay, alles klar, immer wieder der Rückzug. Ähm, der Rückzug, alles klar, okay, 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 okay. Ähm, was ist da, ah, gut. Wir haben jetzt so langsam was nicht, hier bekommen wir hier die Klarheit rein. Okay, 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 so, also ihr Lieben, ähm, schaut recht deutlich aus. Jetzt nehmen wir gleich noch, ähm, aus dem Tarot die Klärung, beziehungsweise die Tendenz. Und, gucken wir mal, was jetzt hier noch gezeigt wird, weil für mich ist das einfach, ah, es ist Wahnsinn. Oh, dieses verkopfte, verbohrte. So, dann kommen die wieder weg. So, dann schauen wir mal. Die lege ich jetzt aber nochmal zur Seite. Also, was dein Gegenüber dir sagen möchte, dein Gegenüber möchte dir ganz deutlich sagen, dass er oder sie hier absolut, ähm, Liebe pur. Also, da ist, ähm, da sage ich jetzt nichts, ähm, irgendwie, naja, lieb dich nicht oder sonst irgendwas, weil hier ist absolut Liebe mit im Spiel. Liebe, ähm, und vor allem, ähm, diese, diese, diese Zuversicht auch. Also, dein Gegenüber will dich komplett, das sehe ich hier. Weil hier dein Gegenüber sieht bei dir komplett die Herzlichkeit, die Wärme, ähm, ja, und alles an dir. Und diese Freude auch hier, wenn Kontakt ist und wenn noch keiner ist, dann kann ich euch garantieren, hier kommt der Kontakt, ne? Ja, weil das ist das, was dein Gegenüber nämlich wirklich auch hier, ähm, ganz stark fühlt und wo auch seine Sehnsucht sehr stark ist. Seine Sehnsucht, weil hier sind sehr, sehr viele Gefühle mit im Spiel. Und, ähm, aber dieses Heimliche sehe ich hier zu sehr. Dieses Heimliche, er verheimlicht dir so viel, er verheimlicht dir seine Gefühle. Wenn er nur noch ein kleines Stück sagt, ähm, da ist, da kannst du davon ausgehen, dass da viel, viel mehr ist. Und es ist immer eine Freude für ihn. Und, ja, vielleicht hat der ein oder andere ist hier, ähm, ja, freundschaftliche Verbindung, die ich hier sehe, ähm, was auf den Kontakt betrifft. Aber einfach so auf diesem Level gehalten. Ähm, dein Gegenüber sieht hier komplett mit dir alles. Alles. Also hier, sage ich jetzt mal so, kann ich, ähm, dir jetzt nichts sagen, was dein Gegenüber sich jetzt nicht mit dir vorstellen könnte, ne? Wo jetzt hier irgendwelche Grenzen sind oder sonstiges. Weil hier, dein Gegenüber sieht dieses, ähm, der möchte auch hin, dieses Positive. Dieses, ähm, er will mehr, mehr, mehr. Also nicht mehr nur dieses Level, sondern wirklich mehr. Denn hier wird sehr viel Liebe gezeigt. Sehr viel, ähm, ähm, diese Treue, die mir ja auch gezeigt wird. Weil dein Gegenüber spürt hier ganz deutlich die Treue von deiner Seite aus. Dein Gegenüber möchte hier wirklich was Verbindliches mit dir eingehen. Und du bist für ihn, seine Erfüllung aller Sehnsüchte, all seiner Sehnsüchte, komplett die Zufriedenheit. Und das spürt dein Gegenüber auch bei dir. Dann haben wir, wir gehen hier mal weiter, schaut ja wirklich ganz toll aus. Hier, komplett die Wunscherfüllung. Du bist, ähm, die Erfüllung all seiner Wünsche. Und, ähm, deine liebevolle Art. Und hier ist sehr, sehr stark die Zuneigung. Sehr stark die Zuneigung und, ähm, Empathie, die ich hier auch sehr deutlich sehe. Und auch, ähm, die Sehnsucht nach dir. Sehnsucht nach dir und auch dieses, ähm, möchte hier dieses Gleichgewicht reinbringen. Gleichgewicht und diese, in die Harmonie. Und das spürt er, das weiß er, das kann er oder sie mit dir. Und er spürt auch, dass du es möchtest. Deutlich zu sehen. Ähm, also hier, sag ich mal, hier ist eigentlich, da steht nichts mehr im Weg. Aber es steht ja trotzdem was im Weg, ne? Weil hier tut sich ja irgendwie nichts. Warum dein Gegenüber nämlich auch immer so ein Stückchen hier immer wieder in diesen, ähm, Rückzug auch geht, den ich sehe. Und, ähm, immer so wie geblockt gehemmt ist. Gehemmt weiter hier auf dich zuzugehen. Weil hier ist auch dieses, dieses, äh, Positive. Er möchte hier Positive. Er sieht jetzt alles positiv mit dir. Und, ähm, dein Gegenüber möchte er sich auch nicht mehr mit wenig zufrieden geben, sondern hier wirklich mehr und viel. Also wirklich komplett alles. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum dein Gegenüber hier noch so blockiert ist. Denn er spürt hier von deiner Seite aus, dass da zu viel kommt. Zu viel. Dass du, ähm, zu viel, ähm, Augenmerk auf ihn gibst. Und ihm ist, oder ihr ist das zu viel. Und deswegen geht er immer wieder hier zurück. Weil er spürt hier, dass deine Gefühle sehr, sehr stark sind. Und für ihn ist es so, ähm, er hat das Gefühl, dass du dich ein Stück weit, ähm, das ist sein Gefühl, wie gesagt, ne? Also bitte jetzt nicht hier, ähm, persönlich nehmen, aber das ist sein Gefühl, was ich dir sagen möchte. Und vielleicht trifft es ja bei dem einen oder anderen zu, ne? Wir sind hier im Kollektiv. Dass du hier zu viel, ähm, gibst und zu viel ihm die Aufmerksamkeit, also dich, sagen wir es so, abhängig machst. Und da sind seine Befürchtungen, das sind seine Ängste. Dass du hier, ähm, ja, dich von ihm komplett abhängig machst. Und davor hat er Bedenken, dass du dich selbst vergisst und, ähm, komplett für ihn nur da bist oder für sie. Und da ist immer wieder da, da misstraut er dem Ganzen noch, weil er wünscht sich hier mehr die Sicherheit von dir. Weil für ihn wäre es hier eine, ähm, fühlt er sich so eine, ähm, große Verantwortung. Wenn du dich komplett von ihm abhängig machst. Und das möchte er hier dir sagen, im Kollektiv. Dein Gegenüber ist natürlich auch, immer wenn er hier der Rückzug und so weiter, ähm, Eifersucht absolut, ne? Also hier, was heißt Eifersucht, diese, diese Angst, auch diese Bedenken, naja, könnte ich sie vielleicht hier dann doch auch verlieren. Und das sind seine größten Bedenken. Also, ihn wirbelt, sagen wir mal so, ganz schön rum. Weil das ist das, er möchte, er möchte, er möchte. Und dieser ganz kleine Punkt, der geht vor, macht die Türe auf, so ein Stück. Und, aber nicht so weit, dass er komplett durchging, sondern dieses Stückchen fehlt noch, was ihn immer wieder zurückhält. Dieses, wenn er jetzt sagt, so, und jetzt, hier, was Festes eingehen, dass du komplett ihm, ähm, erlegen bist. Also einfach so dieses, ähm, abhängig, ne? Weil das spürt dein Gegenüber, das ist das, was fühlt er, das denkt er, was meint er oder sie. Und da so ein bisschen vielleicht deine Unsicherheit auch. Dass du da ein bisschen zu unsicher wirst, er, dein Gegenüber wünscht sich hier von dir, dein Selbstbewusstsein. Dass du sagst, okay, pass auf, Junge, ich brauche dich nicht, ne? Du bist echt super glas und spitzenmäßig, toll. Beziehung mit dir wäre absolut traumhaft. Aber für mein Leben, ne, ich kriege auch mein Leben selbst gewuppt, ne? Also da, ähm, mache ich mich nicht abhängig. Ich bin selbst glücklich, wie ich bin. Und das ist das, wo dein Gegenüber so ein bisschen Bedenken hat. Weil er das Gefühl hat, dass du, wie gesagt, zu sehr auf ihn extrem fokussiert bist. Ich sehe hier, du bist eine sehr, sehr gefühlvolle Frau oder Mann. Hier ist sehr viel Gefühl. Du möchtest wirklich alles geben, du möchtest für dein Gegenüber da sein. Und dein Gegenüber ist aber so, und da haben wir dieses, dieses, ähm, eingefahrene Denken von deinem Gegenüber. Ähm, dieses, oh Gott, bloß nicht, dass jemand komplett abhängig ist von mir. Weil er sieht das irgendwie, es ist, ähm, wie eine, eine, ähm, eine Last, fühlt sich jetzt doof an. Es ist wie dieses, er fühlt sich dann so, ähm, verpflichtet, ne? Dass er praktisch, äh, oder sie komplett, also du könntest praktisch ohne ihn nicht, ne? Ja, und das ist das, was ihn immer wieder, dieses Einengende, wo er das Gefühl hat, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn es vielleicht doch nicht klappen sollte, wenn wir zusammenkommen? Ähm, was ist dann, kann das dann, wenn es auseinander geht, zerbrichst du komplett, ne? Ja? Verlierst du so komplett deinen Halt, weil dein Gegenüber hat das Gefühl, dass nur du ihm oder ihr den Halt gibst. Ne, Quatsch, dein Gegenüber hat das Gefühl, dass nur er dir, was dann den Halt komplett gibt, ne? Ja? Also hier, ähm, und das ist das, was ihn immer so, was ihn nervös macht. Die Nervosität ist aber auch da, wie gesagt, er könnte dich vielleicht verlieren an jemand anderen, weil er will dich komplett, ganz oder gar nicht, ne? Also so dieses komplett, also nicht nur so ein Stückchen und ein bisschen und hier und da und sowas, nein, komplett. Aber, ähm, das will er und das ist immer, was ihn nervös macht, könnte dich verlieren, aber auf der anderen Seite ist dieses eine Thema noch. Dieses abhängig, ne? Und da, ähm, ist das, was dein Gegenüber dir sagen möchte, dass du komplett dein Selbstbewusstsein diese, 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 diese Stärke auch zeigst. Dass du ihn nicht ablegst oder so, ja, ne? Das nicht. Aber einfach, dass du zeigst, so pass auf, ähm, ich bin glücklich mit mir selbst. Ich brauche dich nicht für mein Glück, sondern ich habe mein Glück selbst für mich. Mein Glück habe ich mir selbst erschaffen. Und die Ergänzung zum Glück, was jeder Einzelne von euch beiden hat, das ist eure Verbindung, also euer Miteinander dann. Das ist die komplette Ergänzung, ne? Aber dass jeder mit sich selbst glücklich ist. Und das ist das, was der Gegenüber dir sagen möchte. Weil hier sehe ich sehr, sehr viele Verhaltensmuster, ähm, was hier Familienmitglied auch noch mit betrifft, ähm, was, ähm, schon irgendwie eingebrannt wurde, ne? So, mach dich, äh, lass dich niemals, ähm, ja, in die abhängig oder in diesen Bereich reinziehen, dass jemand von dir abhängig ist und dann bist du nur verpflichtet und, ähm, ja, sowas. Und das ist das, was bei deinem Gegenüber im Kopf komplett, ähm, verankert ist und das hat hier damit zu tun. Kann bei dem einen oder anderen hier, was mir vage angezeigt wird, auch noch sein, dass ihm vielleicht ein bisschen hier was eingeredet wird, ne? Ja, aber, dass er dich liebt, komplett oder sie dich liebt und mit dir diese Erfüllung möchte, das ist ihr sicher, also nach dieser Erlegung. Weil deinem Gegenüber sieht er, er denkt ja die ganze Zeit an dich. Es ist so, ähm, dieses, egal was er tut, ne? Du bist da, gedanklich bist du da. Und deinem Gegenüber plant hier schon wirklich einiges. Also das ist das, was er möchte, er weiß, mit dir kann er alles machen, mit dir kann er Pferde stehen gehen. Mit dir, ähm, äh, ist, ähm, hier wirklich die Freundschaft, diese Verbindung, dieses Miteinander, diese, diese Interessen. Und, ähm, hier gibt's auch keinen Interessenkonflikt. Nein, er weiß, du bist perfekt für ihn oder für sie. Das weiß er. Aber das ist das, dem er das Gefühl immer noch hat, dass da dieses, wie gesagt, ähm, diese Angst, wenn mal irgendwas wäre. Oder sich irgendjemand hier dazwischenstellen möchte, dass du einknickst. Also, dass du dem nicht, ähm, ja, vielleicht, ähm, er möchte nicht, dass du irgendwie leidest. Oder dass es dir, dass dir irgendjemand wehtut. Er will dich beschützen. Und da hofft er und wünscht sich, dass du mehr in dein Selbstbewusstsein kommst. Und siehst, wie wertvoll du bist. Wow, also eine sehr interessante Legung. Und wenn wir jetzt hier mal weiterschauen, was wir noch haben, äh, haben wir hier, ja, wenn ich die Karte hier nehme, die Königin der Kelche. Also, wir haben sowieso hier eine sehr kelchreiche Legung, also eine sehr gefühlvolle Legung hier. Weil hier ist auch sehr, sehr viel Gefühl zu sehen. Weil da, wie gesagt, da gibt es nichts, was hier irgendwas, ähm, nicht passt. Wo er hin und her überlegt, liebe ich ihn oder sie oder liebe ich sie nicht? Nein, er weiß es. Definitiv. Also der Gedanke schon an dich, da lässt das Herz pochen. Boom, boom, boom. Und richtig diese, 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 ähm, ja, diese Nervosität dann auch, dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Aufregung. Nicht Nervosität, sondern Aufregung. Weil dein Gegenüber weiß, dass du eine sehr, sehr gefühlvolle Frau bist. Sehr einfühlsam. Und auch sehr fürsorglich. Und sehr verständnisvoll, aber teilweise auch ein bisschen zu verständnisvoll. Du bist eben ein Stück weit auch zu nachsichtig, dass du auch mal nicht immer nur Ja sagst, dich nach ihm richtest, einstellst, sondern auch mal sagst du, nö, geht nicht. Und was ist das? Und da ist so dieses, ähm, dein Gegenüber möchte hier, da in die Heilung auf jeden Fall kommen, weil er weiß, eure Verbindung ist was ganz Wundervolles. Und hier ist wirklich, er möchte, dass das, das ist der einzige Punkt, den dein Gegenüber hier noch hat. Dass es hier komplett in die Heilung geht. Denn dein Gegenüber sieht hier, mit dir, diesen Konflikt kann man überwinden, definitiv. Und das will dein Gegenüber auch und das erwünscht er sich auch. Weil hier, die Verbindung ist so intensiv, hier ist ein ganz starker Anstieg. Also er fühlt sich zu dir ganz, ganz stark angezogen. Und er möchte hier wirklich, dass es da, wenn auch vielleicht ein paar Zwistigkeiten es zwischen euch gibt, in die Versöhnung geht. Und dein Gegenüber weiß, immer wenn da irgendwas ist, auch wenn er es nicht so zeigt, ne, also hier gar nicht, dass es hier immer für ihn eine ganz, ganz liebevolle Begegnung ist mit dir. Und er wünscht sich da, dass es hier, dass ihr da in dem Bereich aufeinander zugeht. Und da wird es auch die Zweifel bei ihm lösen. Ich sag mal so, die sind ja schon fast gelöst, ne. Und da haben wir, es passt jetzt hier ganz richtig gut noch mit dazu, komplett die Erfüllung, die Erfüllung in allem, die Fülle in einer Verbindung zwischen euch. Weil hier ist auch, diese Zufriedenheit wird hier gezeigt von der Tendenz, in das es gehen kann. Hier ist so viel Wärme, so viel Herzlichkeit geboten. Und dieses Wohlfühlen. Und da ist es auch so, das ist das, jeder einzelne Kelch ist gefüllt. Jeder. Es ist komplett alles da. Was eine wundervolle, feste Beziehung betrifft. Nur dieser eine Kelch, das ist der, das ist deine Stabilität. Das ist das, was das Ganze hier noch ein bisschen blockiert. Und das möchte dein Gegenüber dir sagen. Also, wirklich eine sehr interessante Legung. Dein Gegenüber will wirklich alles. Er weiß, du bist absolut das Nonplusultrafin. Dieser eine Punkt, wie gesagt, das ist das. Das sind seine Befürchtungen und seine Sorgen auch. Dass hier, wenn irgendwas ist, dass du, wie gesagt, zerbrichst. Dass du dich nicht abhängig machst von ihm. So fühlt er es. Und das sind seine Bedenken. Also da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, hier fehlt es an der Kommunikation. Hier fehlt es an der offenen Kommunikation. Und es ist etwas schwieriger, das Ganze hier, dieses Unterfangen. Aber man muss es ja auch nicht an der Kommunikation liegen. Also, wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber einfach nur dieses dann, wenn es so ist, dass du einfach wirklich immer in deiner Stabilität bist. Es ist auch, ich jetzt mal, unabhängig von dieser Legung. Bleib immer bei dir selbst. Mach dich niemals von irgendjemandem abhängig. oder von irgendwas abhängig. Sondern du weißt, wer du bist, was du kannst, was du alles erreichen kannst und willst. Dass du selbst in deinem Leben voller Vertrauen stehst. Du vertraust dir selbst. Du brauchst keine Bestätigung von irgendjemandem, sondern du weißt selbst, wer du bist, wie gesagt. Bestätigung von außen tut dann natürlich immer gut. Das ist dann so ein I-Tüpfelchen noch mit dazu. Aber, dass du selbst siehst, wie du bist, wer du bist, mach es niemals von der Bestätigung von anderen abhängig. Und bleib immer in deiner Mitte bei dir selbst. Und das sage ich, ist egal in welcher Situation, ob das Liebe, Beruf, Finanzen oder alles Mögliche betrifft. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen Tag. Und für alle Kanalmitglieder gibt es ja die Verlosung jetzt am Wochenende von einem 30-minütigen Telefon-Reading und das große Deck für die kommende Woche wird auf jeden Fall auch noch folgen. Und morgen gibt es dann die Legung, der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber. Und dann sind wir mal gespannt, was da morgen rauskommt, was ich euch damit geben kann. Und ich danke euch für alles. Und da war jetzt nochmal, habe ich in den Kommentaren gelesen, wenn jemand ein Reading möchte, einfach bitte über WhatsApp anschreiben. Also WhatsApp tue ich mir immer, immer leichter, weil auch wenn ich eine E-Mail bekomme, bitte ich immer mir dann entweder über Telegram oder SMS oder WhatsApp eine Nachricht zu schreiben, weil da erkläre ich den kompletten Ablauf in einer Sprachnachricht. Den kompletten Ablauf und was es für Möglichkeiten gibt und, und, und. Und da von daher, wenn möglich, bitte einfach mir immer schreiben, dass ich dann über Sprachnachricht euch dann alles ganz genau erklären kann, weil mir das immer sehr am Herzen liegt, zu reden. Also dieses schriftliche Ja, aber mir liegt immer am Herzen, euch das ganz genau alles zu erklären und, und, und diesen Ablauf und dass dann gar kein Druck dabei ist oder irgendwas. Also ihr Lieben, fühlt euch ganz fest umarmt. Tschüss!